Die Mittelmeerreise auf der kaiserlichen Jacht Hohenzollern im Jahre 1914 Teil 2 Am 21.04.14 machten wir die Besatzung der Hohenzollern einen Ausflug. Morgens um 6 Uhr ging es von Bord. Wir marschierten unter Vorantritt der Musik durch die Stadt mit großer Volksbegleitung. Als wir am Stadttor anlangten, verließ uns die Musik, denn jetzt galt es immer bergauf und bergab zu klettern. Das war für unsere Musiker mit den großen Instrumenten unmöglich. Als wir dann etwa zweieinhalb Stunden gelaufen waren, hatten wir unser Ziel erreicht, die höchste Stelle des Gebirges. Vier Proviantwagen waren vorausgeschickt worden und wir konnten gleich frühstücken, als wir um 10 Uhr ankamen. Wir empfingen jeder drei belegte Brötchen, zwei Eier und zwei Apfelsinen. Als Getränk gab es Limonaden. Nachdem darauf jeder seine Kartoffel geschält und geschnitten hatten, mussten alle ihre Kumpen, Essnöpfe, an den Bottler abgeben, welcher daraus Salat machte. Bottler nennt man unseren Schiffskoch. Unser Mittagsmahl bestand aus Kartoffelsalat mit Halberstädter Würstchen. Während das Mittagsmahl bereitet wurde, veranstaltete man verschiedene Spiele, worüber sich die Kanacker, das sind die Gebirgsbewohner, köstlich amüsierten. Vom Spielen abgejagt, legten wir uns noch ein halbes Stündchen auf die Bärenhaut und ließen uns von der Sonne beliebäugeln. Um 12,5 Uhr, nachdem wir unser Mittagsmahl eingenommen hatten, war Selbstunterhaltung. Nach zweistündiger Lagerung kam der Befehl, Wir hatten einen großen, weiten Weg vor uns. Unterwegs zeigten sich bei verschiedenen Kameraden Zeichen des Schlappmachens. Als wir nun um 5,5 Uhr am Stadttor angelangt waren, erwartete uns die Musik, die uns dann durch die Stadt an Bord begleitete. Vor Freude darüber, dass unsere Musik wieder da war, brachten wir ein dreimaliges Hurra auf unseren Musikmeister aus. Denn mit Musik ließ sich viel leichter ein Fuß vor den anderen stellen. Beim Marsch durch die Stadt lief alles hinter uns her. Unsere weißen Hosen hatten sich in Feldgraue verwandelt. Wir waren zufrieden, als wir wieder an Bord waren, denn nach dem 40-Kilometer-Weg hatten wir das Gefühl, als wenn wir Blei an den Füßen zu hängen hatten. Aber trotzdem hatte uns allen der Ausflug großartig gefallen. Am 25.04.14 war großes Sportfest auf der Insel Wido. Daran nahm die Besatzung der SMS-Greben, Breslau und der Hohenzollern teil. Ich selbst konnte mich nicht beteiligen, weil ich an diesem Tag leider Wache hatte. Am 27.04.14 war wieder mal große Kohlenübernahme. Vom 28.04. bis einschließlich 3.05.14 gab es nachmittags schon Urlaub. Mai, der 4.05.14 war nun der Tag der Abreise. Als sich der Kaiser und die Kaiserin nebstgefolge wieder eingeschifft hatten, verließen wir unter Paradieren der griechischen Armee unter großem Kanonendonner Korfu in Richtung Genua als Begleitschiffe wie der SMS-Greben und Breslau. Die Königin von Griechenland begleitete uns auf ihrem Torpedobootszerstörer ein Stück, bis wir unseren Kurs änderten. Sie setzte dann ihre Fahrt fort nach Athen. Dienstag, morgens um 10 Uhr, hatten wir die Straße von Messina erreicht. Ein Teil von Messina sah man noch in Trümmern liegen. Ein sehr interessanter Anblick. Nachmittags gegen 4 Uhr passierten wir Capri, die Stadt Pompeji und Neapel. Den Besuch bekamen wir auch zu sehen. Mittwoch, den 6.05. abends, 7.30 Uhr, liefen wir im Hafen von Genua ein. Unter großem Jubel und Trubel seitens der Bevölkerung Genuas legten wir an die Pier an. Die Landungsstelle war mit vielen tausenden elektrischen Glühbirnen geschmückt. Tausende von Menschen hatten sich dort angesammelt, um den deutschen Kaiser zu sehen. Ein kleiner Trupp Leute machte sich besonders bemerkbar. Es mögen wohl Höhergestellte gewesen sein. Als wir nämlich noch beim Verankern unseres Schiffes waren, erschien auf dem Promenadendeck der Kaiser. Und im selben Moment wurde der Kaiser von dem kleinen Trupp mit einem dreifachen Hurra begrüßt, wonach sie das Lied »Heil dir« im Siegerkranz anstimmten. Es waren also Landsleute von uns. Der Empfang war großartig. Dann musste die freie Mannschaft Kisten und Koffer zum Hofzug, welcher schon bereit stand, hinbringen. Es waren ja nur gegen 50 Stück Gepäck. Kurz vor dem Abschiednehmen unterhielten wir uns mit einigen Mädchen der Hofdamen. Wir machten ihnen den Vorschlag, doch mit uns zusammen per Schiff nach Kiel zu fahren, was sie aber entschieden ablehnten, denn die Reise von Corfu nach Genua hatte sie furchtbar mitgenommen. Namentlich der Golf von Lyon hatte es ihnen angetan. Der eine Machinist meinte zu den Mädchen, sie hätten doch die vier Wochen in Corfu auf dem Schloss Achille und gute Erholung gehabt, worauf sie fast einstimmig erwiderten, »Ja, die ist aber auf der Fahrt von Corfu nach Genua wieder flöten gegangen.« Wir mussten alle lachen. Sie sahen aber auch wirklich wie Wachspuppen aus. Wenn wir Seegang hatten, war nämlich von den Damen nichts zu hören und nichts zu sehen. Sobald aber wieder besseres Wetter war, konnte man sie wieder als echte Seemänner an Deck finden. Als das Kaiserpaar nochmals gespeist hatte, nahmen sie von der Besatzung Abschied. Dann ging es von Bord über den Hafenplatz nach dem bereitstehenden Hofzug. Tausende von Menschen drängten sich heran, um das deutsche Kaiserpaar zu sehen. Um elf Uhr abends verließ der Hofzug Genua. Der Kaiser fuhr nach Braunschweig, Karlsruhe, Wiesbaden und die Kaiserin nebstgefolge nach Potsdam, dann weiter nach Berlin. Wir selbst hielten uns noch bis zum 9.5.14 in Genua auf, um uns auch dieses anzusehen. Am 8.5. war wieder große Kohlenübernahme mit Musik. In Genua befindet sich ein großes deutsches Seemannsheim zu Wohltätigkeitszwecken. Auch uns ist solche Wohltat erwiesen worden. Einer von den Inhabern dieses Hauses, welcher früher Pfarrer in Deutschland war, forderte uns sowie die Besatzung von SMS Leibner auf, mit ihm zusammen einen Ausflug zu machen, was wir mit Freude annahmen. Zuerst marschierten wir in Gruppen zum Bankplatz, wo uns der Herr Pfarrer vom deutschen Seemannsheim erwartete. Nach einer freundlichen Begrüßung bestiegen wir die bereitstehenden Straßenbahnwagen und setzten uns in Fahrt nach Stanglino Composanto, Friedhof. Dort ausgestiegen, kletterten wir die Berge hinauf bis Eusebier, Valbisagno. Hier wurde dann im Restaurant ein Quartierung gemacht und auf Kosten des Seemannsheim uns der Frühstückstisch gedeckt. Wir bekamen jeder eine Flasche Wein, drei paar große warme Würstchen und Brötchen. Während wir nun unseren Imbisseinnahmen hielt der Pfarrer einen großen Vortrag über Genuas Bauten, Volk und seine Sitten. Der Schluss des Vortrags endete, nachdem der Pfarrer noch von einigen Gedenktagen aus seiner Jugend als Soldat aus dem Kriege 70-71 erzählt hatte. Wir auf unseren Kaiser und auf das ganze deutsche Volk drei kräftige Hurras ausgebracht und dann die deutsche Hymne gesungen hatten. Um 11,5 Uhr ging es dann mit Sang und Klang wieder bergab, und zwar nach dem Friedhof Camposanto. Es ist der wertvollste Friedhof der Welt. Alles Marmor. Jedes Grab hatte ein Denkmal, welches die Hinterbliebenen in Lebensgröße darstellt. Dann wurde uns der protestantische Friedhof gezeigt, auf dem drei ehemalige Kameraden der Hohenzollern lagen, welche vor zwei Jahren an Bord gestorben waren. Als wir mit der Besichtigung des Friedhofs fertig waren, ging es wieder mit der Bahn zum Bankplatz und dann zu Fuß durch die Stadt an Bord. Was mir sonst noch in Genua auffiel ist, dass viele Ausländer sich dort aufhalten. Nachmittags um 5 Uhr musste alles wieder an Bord sein. Um 7.15 Uhr verließen wir unter großem Volksgewimmel Genua zur Heimfahrt nach Kiel. Wir hatten sehr schlechtes Wetter. Dies machte sich besonders im Golf von Lyon bemerkbar. Wir wurden von so stürmischem Wetter überrumpelt, dass wir bei 18 Seemeilen Geschwindigkeit nur 7 Meilen vorwärts kamen. Die Schiffsschrauben arbeiteten meistens in der Luft. Da sich keiner an Deck aufhalten konnte, befahl der Kapitän, alles bis auf die Wachen, sich in die Hängematten zu legen. Es waren natürlich die meisten seetoll, auch Offiziere. Als wir dann den Golf von Lyon hinter uns hatten und uns wieder in der Spanischen See befanden, wurde das Wetter auf einmal wie umgewandelt. Um nun zur rechten Zeit in Gibraltar zu sein, ging es dann mit großer Fahrt voraus. 19 Meilen in der Stunde. Und so kamen wir dann am 12.05.14 in Gibraltar an. Von 6 bis 11 Uhr war Kohlenübernahme und um 12 Uhr nachts ging es gleich weiter. Am 13.05.14 hatten wir schönes Wetter, außer ein bisschen Dünung, die aber zu ertragen war. Nun hieß es, am 14.05.14 mittags kommen wir in den Golf von Biscaya. Da hat dann alles schon einen Tag voraus gegessen. Kaum hatten wir den Golf von Biscaya erreicht, da ging es aber auch schon los. Der Wellengang wurde immer größer, je weiter wir hineinkamen in den Golf. Das Zwischendeck war sekundenlang ganz dunkel. Überall wurden Pützen einmal aufgestellt zur gefälligen Benutzung. Am 15.05.14 mittags erreichten wir den Englischen Kanal. Steuerbordseite Frankreich und Backbordseite England. Sonnabend, den 16.05.14 befanden wir uns wieder in heimatlichen Gewässern der Nordsee. Endlich passierten wir Sonntagmorgens 5 Uhr die Schleuse bei Brunsbüttel. Und nun ging es durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach Kiel. Mittags 1 Uhr liefen wir im Kieler Hafen ein. Als wir an der Boje lagen, wartete schon alles auf das Signal, Beurlaubte sich klar machen. Wir konnten nicht früh genug an Land kommen. Trotzdem wir nun viel gesehen und gehört haben von der schönen weiten Welt, bleiben wir doch bei dem einen. Heimat ist Heimat. Im Ganzen waren wir drei Monate unterwegs. Zum Schluss kommt noch der schöne Spruch in Erinnerung, wenn man eine Reise tut, kann man was erzählen, was ich hiermit getan habe. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen. Wenn wir noch Zeit haben, würde ich Ihnen die allerletzte Reise der Yacht Hohenzollern nach Norwegen, Ballholm, vom 1.7. bis 28.07.14 erzählen, welches ein schlechtes war und dann der Erste Weltkrieg ausbrach. Die allerletzte Reise der Yacht Hohenzollern vom 1.7.1914 bis 28.07.1914 nach Norwegen, Ballholm. Am 1.7.1914 morgens um 5 Uhr alles klar machen zur Ausfahrt durch die Ostsee nach dem schönen Land Norwegen mit seinen vielen Fjorden. Um 6 Uhr Anker auf und bei herrlichstem Wetter durch den Kieler Hafen in die Ostsee nach Norwegen, Ballholm. Die vielen Fjorden waren für uns ein überwältigender Eindruck. Wo man hinsah, überall hohe Berge. Oben sah man den Schnee liegen. In Ballholm sollten wir nun vier Wochen verbringen. Aber es ist anders gekommen, worauf ich noch später zu sprechen komme. Als Begleitschiffe hatten wir wieder SMS Göben und SMS Breslau. Als wir in Ballholm vor Anker lagen, kamen die Norweger in unzähligen Kähnen an unser Schiff heran, um den deutschen Kaiser zu sehen. Die Norweger sind nicht eher wieder fortgefahren, bis sich der Kaiser auf dem Promenadendeck hat sehen lassen. Auf einmal ging ein braves Hurra-Gerufe los. Da die Norweger nach einigen Tagen herausbekommen haben, dass der Kaiser jeden Tag nach dem Mittagsmahl auf dem Promenadendeck, Backbordseite, seinen Spaziergang machte, unter der Hohenzollernkapelle auf Achterndeck, war die Jacht jeden Mittag von unzähligen Norwegern umringt mit dauerndem Hurra-Gerufe. Wir bekamen nun viel Urlaub, um uns die Umgebung von Ballholm anzusehen. Da kam es oft vor, dass die Norweger uns einluden in ihre Behausung. Sie hatten uns immer gut verpflegt. Natürlich war die Absicht der Norweger uns auszuhorchen, wie denn das Leben an Bord mit dem Kaiser ist. Sie meinten, wir hätten es doch wohl sehr schwer an Bord. Als wir ihnen das Gegenteil berichteten, waren sie einfach sprachlos. Was der Kaiser mit uns alles an Bord anstellte, will ich noch erläutern. Eines Tages, es war gerade Mittagszeit, da erschienen wieder unzählige Kähne mit Norwegern. Und als der Kaiser dann wieder an Backbordseite seinen Mittagsspaziergang machte, blieb er auf einmal an der Reling stehen und zeigte immer auf ein Boot, wo ein Offizier von der Jacht drin saß, welcher an ein Boot herangerudert war, wo eine hübsche Norwegerin drin saß. Wir, die Freiwache hatten, konnten diesem Schauspiel zusehen. Achterdeck spielte jeden Mittag unsere Hohenzollernkapelle eine Stunde lang zur Freude der Norweger. Nun hat sich etwas ereignet, wovon wir und die Norweger großen Spaß hatten. Der Kaiser rief auf einmal unseren Kapitän von Karpf zu sich, fasste ihn am Arm und zeigte immer auf den Kahn, worin sich der Offizier von der Jacht Hohenzollern befand und klatschte immer in die Hände und lachte. Dann hat er seinem Kapitän den Auftrag gegeben, bei der Kapelle das Lied, denn in den Luftballon zu zweien, ach wie ist doch, so fein zu bestellen. Und alles musste an Bord mitsingen und in die Hände klatschen. Nun hat unser Offizier gemerkt, dass es sich auf ihn bezog. Ganz schnell hat er sich von seiner schönen Norwegerin verabschiedet und ist wieder an Bord gekommen. Nun hatten die Norweger selbst gesehen, zu was für lustige Streicher der Kaiser veranlagt war. Ein anderer Fall, eines Tages hatten die Hohenzollern, Göben und Breslau und das Depechenboot Sleipner nachmittags ein Rehspulen, also Wettrudern. Von jedem Schiff musste ein Kutterrettungsboot mit Mannschaften antreten. Start war SMS Göben und die Jacht Hohenzollern war Ziel. Und wehe dem, wenn die Jacht nicht als Sieger hervorging, dann war der Deibel los. Oben auf der Brücke stand Oberleutnant Müller, der dem Kaiser immer den Sieger ansagen musste und achter Deck stand der Kaiser mit allen, die keine Wache hatten. Natürlich war die Hohenzollern immer Sieger und wir mussten drei Hurra-Rufe auf unsere Mannschaft bringen. Und die Norweger applaudierten. Als letztes Wettrudern je ein Offizier von Göben, Breslau, Sleipner und die Jacht Hohenzollern. Jeder Offizier saß in einem Dingli, das ist ein Boot, wo nur einer drin sitzen kann. Also, wie konnte es anders sein? Sieger die Jacht Hohenzollern. Da hat sich nun Folgendes zugetragen. Als der Oberleutnant Müller von der Brücke herunterkam, meldete er dem Kaiser drei Hurras für den Sieger seiner Majestät Jacht Hannover. Er hatte sich versprochen. Der Kaiser sieht den Oberleutnant mit ernstem Blick an, fasste den Leutnant Müller schmerzhaft ans Ohr und sagte zu ihm, Was? Wie heißen meine Jungs? Und als dann der Oberleutnant sich verbesserte und noch einmal die Meldung machte, drei Hurras für den Sieger seiner Majestät Jacht Hohenzollern, da drehte der Kaiser den Oberleutnant Müller um und gab ihm einen Fußtritt in den Allerwertesten. Das Gelächter war groß. Zum Schluss kommt nun ein ernster Abschnitt unserer Norwegen-Reise. Wir waren 14 Tage in Norwegen, trotzdem wir vier Wochen bleiben wollten. Da wurde die freie Mannschaft am letzten Tag vormittags nochmal in Booten an Land gebracht, um das Fredjov-Denkmal zu besichtigen. Wir waren kaum zehn Minuten am Denkmal, da holten uns die Kameraden wieder ab mit den Worten AK, äußerste Kraft, an Bord und AK, zurück nach Kiel. An Bord erhielten wir die Aufklärung, dass der Erzherzog Franz Ferdinand ermordet worden war. Dass der Kaiser so schnell wieder nach Kiel kommen wollte, lag uns allen auf der Hand, weil der Kaiser einen Krieg voraussah. Im Juli 1914 liefen wir im Kieler Hafen ein, fuhren dann gleich in die Werft, mussten dann alle unsere Seesäcke packen und wurden der ersten Werftdivision überwiesen. Am 1. August 1914 brach dann der Erste Weltkrieg aus und wir wurden nun dem vierten Geschwader auf den Schiffen verteilt. Nun begann für uns die schwere Kriegszeit. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie an meinem Vortrag Gefallen gefunden haben. Max Bendorf, Mechaniker auf der Hohenzollern Musik Uf, Mechaniker auf der Hohenzollern Untertitelung des ZDF, 2020